Der Angriff Russlands auf die Ukraine dominiert ja schon seit langer Zeit, leider, unsere Medien. Großes Leid, ganz schlimme Angriffe, alles gegen das Völkerrecht, was dort passiert. Aber das hat alles schon vor zehn Jahren angefangen, als Russland die Ukraine überfiel, indem sie die Krim einfach annektierte, gegen das Völkerrecht. Schließlich hatte Russland 1991 bei der Unabhängigkeit der Ukraine die Integrität dieses Staates und auch deren Grenzen anerkannt. Das kümmerte Putin gar nicht mehr und wir alle haben nicht richtig aufgepasst, trotz der vielen, vielen Warnungen unserer osteuropäischen Freunde aus Polen, aus Tschechien, aus Ungarn. Wir haben einfach zugeguckt, wie die Krim integriert wurde. Und dann kam Donbass, Luhansk, Donetsk, die Russen marschierten ein und jetzt ist dieser unsägliche Krieg dort. Was heißt das? Wir müssen weiterhin ganz klar an der Seite der Ukraine stehen, weil sonst dieses Geschwür weiter wachsen wird in Richtung Westen und das können wir uns nicht gefallen lassen. Klare Kante, das ist die einzige Sprache, die ein Diktator versteht. Deswegen stehen wir Nordrhein-Westfalen weiterhin ganz klar an der Seite der Ukraine.